moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch im neuen zombie modus ausbruch einen side easter egg zeigen bei dem ihr eine gratis loot kiste bekommt leute von der ihr unter anderem perks waffen oder auch punkteserien bekommen könnt so diese zeit easter egg leute könnt ihr mal machen auf jeder karte ihr müsst einfach auf der mini map nach diesem symbol schauen wo ich jetzt gerade hin fahre denn dort befindet sich eine maschine leute so der kann überall auf der karte sein also schaut auf der mini map nach sucht nach dem symbol dann aktiviert die maschine für 500 punkte leute und es kommt ein drach raus diesen drachen müsste jetzt füttern in dem wir in diesem roten feuerring der gespawnt ist zombies töten wie ihr sehen könnt werden die verstorbenen zombies von den drachen gegessen und das müsst ihr jetzt so lange machen bis der drache satt ist wenn ihr das dann gemacht habt leute und der drache satt ist dann wird er zurück in die maschine verschwinden und die maschine wird dann in die luft fliegen so wie ihr sehen könnt die maschine fliegt in die luft unter drunter wird jetzt die kiste sein aus dieser kiste kann wie gesagt alles mögliche rauskommen perks punkte serien waffen und ja das war's noch mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lass doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao bis zum nächsten mal